Hey Leute, ich bin's Emma von Emma, Maus, Tashow, Vlogs & Co. Und Leute, es ist jetzt das Winter-Update in Adopt-Me draußen und wir schauen uns das einfach mal an. Ich glaube, es ist ungefähr das gleiche wie letztes Jahr auch schon, aber ja, wir können es uns jetzt trotzdem anschauen. Und das sieht auf alle Fälle schön aus, ich liebe die Weihnachtszeit und das ist, glaube ich, ziemlich das gleiche. Also hier gibt es wieder dieses Rennen da mit diesen Schuhen und hier kann man wieder dieses Rennen machen. Und das hat mir eigentlich voll Spaß gemacht. Ich kann mich daran noch letztes Jahr erinnern. Oh mein Gott, ich bin super gut. Ich bin auch so übergekommen. Äh, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das Update fandet. Ich fand es auf alle Fälle sehr cool. Also ich kann es sein, dass es einfach exakt das gleiche Update ist. Also ich finde es nicht schlecht so im Grunde genommen, aber ja. Also ich fand es letztes Jahr mega cool. Ich bin aber gerade echt schlecht, aber okay. Ich sollte auch mal wieder Baby-Lena-Folgen machen, fällt mir so ein. Das wäre bestimmt sehr vorteilhaft, wenn wir sowas mal wieder machen. Was heißt vorteilhaft? Das wäre, glaube ich, cool, oder? Ihr habt ja auch abgestimmt, dass ihr das wieder... Ich glaube, dass ihr das wieder sehen wollt. Das können wir bestimmt wieder mal machen. Das war eine schnelle Zeit. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Ähm, ähm, oh mein Gott, nee. Das sieht nicht gleich aus. Oder bin ich gerade blind? Winter Wonderland. Nee, das ist ein anderes, oder? Doch, das ist schon ein anderes. Kann man hier reingehen? Nein, kann man nicht. Hier auch nicht, oder? Nö. Aber es sieht ja mega aus. Also stelle ich mir einfach mal, als wäre es einfach das gleiche von letzten Jahr und ich check es nicht. Oh mein Gott, nee, das ist es nicht so tief. Oh mein Gott, das ist cool. Ich liebe solche Pools. Ach, toll, das hat mein Henkel gepinkt. Lol. Ich liebe das. Das sieht so richtig geil aus. Was ist das? Das ist so eine Stange da wieder. Ein Propeller. Was ist das? Flying this? Oh, okay, jetzt check ich's. Und so ein Ballon. Oh, der ist ja süß. Was ist denn da? Auf 15.000 ist das gar nicht teuer oder so? Puffin. Warte, was? Oh mein Gott. Und Husky. Was? Hier Husky. Oh, ich finde den richtig süß, aber der kostet voll viel. Oh mein Gott, was ist denn da oben noch? Ah, der kostet jetzt Robux, ne? 1.000. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Oh, die ist ja voll schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind noch weitere Tiere. Oh, oh mein Gott. Sind die süß. Ich glaube, ich muss mich darauf hinarbeiten. Die sehen so süß aus. Oh mein Gott, die sind so knuffig. Die sehen ein bisschen aus wie Robben und ich liebe Robben. Pet Rescue. Das ist so ein Spiel. Also hier kann man auf alle Fälle so diese Tiere retten im Minispiel. Das fängt noch gleich an. Aber ich schaue mich jetzt hier erstmal um. Also hier sind diese Pads. Ist hier irgendwas? Sind diese Häuser einfach nur alle so Deko? Also ja, finde ich nicht schlimm. Ich finde es schön, aber ja, okay. Es ist nämlich nur Deko. Aber es sieht doch echt geil aus. Was haltet ihr denn von den Updates? Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Okay, also was haltet ihr von den Updates? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Also ich finde es sehr cool. Oh, das ist ja so gar nicht teuer oder so. Ist das hier Wasser oder ist das hier... Ah, hier kann auch Schnitzel laufen. Das ist cool. Was ist hier? Present Shuffle. Would you like to play the present Shuffle Minigame? Was muss ich machen? Hä? Let's begin the first round. Now watch closely. Äh. Und das soll jetzt noch jemand checken? Ich glaube der und der. Nein, nein, wir wetten. Das war falsch. Oh. Nein. Okay, on the second round. Now watch closely. Dim, dim, dim. Da. 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 Da und da. Ich glaube, da ist nichts. Wetten, ich habe es wieder falsch. Ne, richtig. On the final round. Okay, es ist dim, dim, dim. Wieder das gleiche. Okay. Also zumindest von den Dingern. Da. Da. Sind alle drei nebeneinander. Sind hier alle drei nebeneinander. Jetzt sind hier auch immer noch alle drei nebeneinander. Yay. Nochmal richtig cool. Und that's it for this round. And that's it for this round. Muss ich das immer sagen? Okay. That's it for this minigame. Hope you got lots of gingerbread. Oh. 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 Da habe ich ja grundsätzlich viel bekommen. Also. Was heißt viel? Ich weiß nicht, wie viel das eher ist. Okay. Ich werde aufzulachern. Adventskalender. Next gift is available for. Uh. Was ist das? Eine Frisbee, oder? Ja. Warte. Teleport to Price Store. Was ist das? Oh. Ah. Oh. Check. Okay. Ähm. Hier kann man auch wieder nicht rein. Ich wette, ich habe irgendwas vergessen. Ich frage mich nur was. Vielleicht habe ich auch gar nichts vergessen. Aber ich finde das Update echt mega cool. Also es sieht zumindest sehr schön aus. Ich habe jetzt noch nicht viel gemacht. Aber. So weit finde ich es schön, ne? Ich glaube, ich klaue mir jetzt hier ein paar Gingerbread und mache hier noch ein paar Rennen. Das gibt es doch nicht. Oh mein Gott. Mich regt das auf. Wie kann man gleich da reinfallen? Okay. Aber man kann ja auch springen darüber, über die Pinguine. Das habe ich vergessen. Ähm. Freut ihr euch eigentlich schon auf Weihnachten? Und wisst ihr schon, was ihr euch zu Weihnachten... Was heißt schon so? Wisst ihr, was ihr euch zu Weihnachten wünscht? Und wenn ihr ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was... So ein paar Sachen, die ihr richtig geil findet. So zwei, drei oder sowas. Die ihr euch wünscht, worauf ihr euch dann mega freut, wenn ihr die bekommen würdet. Und wenn ihr auch Ideen habt, was wir jetzt so in der Weihnachtszeit an Videos machen können. Also irgendwelche weihnachtlichen Videos vielleicht. Ach, es geht auch natürlich um normale Videos. Nicht so, aber weihnachtliche Videos fände ich in der Weihnachtszeit sehr schön, weil... Keine Ahnung, es ist schon weihnachtlich. Ähm. Ja, deshalb schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was wir machen sollen. Also mit wir meine ich. Keine Ahnung, vielleicht auch Anna oder so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss! So! 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 So!